Die Betonung ist auf der Freiwilligkeit. Wir dürfen die Menschen nicht zwingen, sich zu impfen. Ja, Sie schütteln gerade im Kopf, genau das wird ja gerade diskutiert und auch die FDP hat ja auch eine Verfassung. Aber den Eindruck zu erwecken, finde ich schwierig. Den Eindruck zu erwecken, Sie haben recht, das ist der Sound, der gerade so rumgeht, aber das finde ich fatal. Es gibt in diesem Land keine Impfpflicht, das muss man doch den Leuten mal klipp und klar sagen. Es gibt keine Impfpflicht. Man kann Leute nur überzeugen. Ja, aber das Gefühl, das ständig so entsteht, ist, da gibt es ein großes Interesse, so eine Impfpflicht durch die Hintertür. Das sind so Begriffe, die ich dann immer wieder höre. Ja, aber das ist so. An welchem Punkt ist das so? Ich sehe das völlig anders als Sie, Herr Lanz. Es ist eine implizite, eine de facto Impfpflicht, indem Sie nicht Geimpfte von bestimmten Tätigkeiten ausschließen. Zum Beispiel Teilnahme an Veranstaltungen, Reisetätigkeit. Und das sind wirklich auch Grund, das wird ja gerade diskutiert. Aber genau das wird ja diskutiert. Es wird diskutiert. Wir sollten nicht so tun, als gäbe es das schon. Ich bin ja mal gespannt.